Willkommen bei CSR Automotive. Heute für euch TCR Heckansatz für Fahrzeuge ohne serienmäßigen Auspuff. In dem Fall sogar einem E-Golf. Brandon, wie das Ding drangebaut wird, zeigt er euch. Und ja, daneben haben wir den Original TCR. Ja, finde den Fehler. Es sind eigentlich nur die zwei Auspuffe, die fehlen. Ansonsten ist eigentlich fast gleich, wie das Ganze funktioniert. Wie es dann am Schluss ausschaut, seht ihr gleich nach dem Intro. So, das ist das gute Stück. Bevor wir den aber anbauen, müssen wir natürlich erstmal demontieren. Ja. Was brauchen wir denn dazu? Also zum demontieren brauchen wir nur einen 10er Torx und sonst eigentlich nichts, weil der Rest alles mit Plastik-Clips geklipst ist. Zum Montieren, unser Reinigungstuch ist im Lieferumfang enthalten. Metall-Clips und Schrauben für die Nasen hier, die sind auch im Lieferumfang enthalten. Eine Taschenlampe ist nie verkehrt, wenn man unter dem Auto arbeitet. Und eine Bohrmaschine. Eventuell noch ein Stift, um die Bohrlöcher zu markieren. Genau. Wunderbar. Dann, Neddi, vorgeschlagen, gehen wir an die Demontage. So, dann drehen wir die zwei Schrauben raus. So, dann sind da noch Clips, die einfach kurz rausziehen. Und dann war's das mit den geschraubten Stellen auch schon. Und dann müssen wir den eigentlich nur noch rausziehen. So, also, dann bauen wir mal das Ding an. Da ist man am besten auch zu zweit und kann es eigentlich auch alleine machen, weil das Zeug passt ja ganz gut. So, also, auf. Schön versuchen, die richtigen Löcher zu finden. Für die richtigen Schlitze gibt es dann auch die richtigen Löcher. Ja. Das nicht versetzt anbringen. Und jetzt, und BÄM. Wenn wirklich mal eine Nase zwickt, dann nehme ich hier ein bisschen das Schleifpapier, eine kleine Pfeile. Auch wir sind nur Menschen. Bisschen nachfallen, dann rutscht die Lasche ein bisschen besser rein. Und dann funktioniert dann noch eine Sache hier. Dadurch, dass die Stoßstange trapezförmig zuläuft, kann man hier unterschiedlich ausmitteln. Also, man kann den Ansatz so setzen. Man schaut es natürlich blöd aus. Man kann es ziemlich weit oben hinsetzen. Und, und, und. Und man kann den Ansatz auch ein bisschen rein und ein bisschen rausdrücken. So, hier ist es ganz wichtig, die richtige Position. Also, sprich, hoch genug. Dann haben wir auch einen sauberen Abschluss zum Radlauf, so wie es sein soll. Und hier unten haben wir auch eine Rathausschale, eine kleine integriert, damit sich da kein Dreck sammeln kann. Und der muss in etwa auf der Position der Stoßstange sein. Dann sei der auf jeden Fall richtig unterwegs. So wäre es dann richtig. Wunderbar. Gut, dann hätte ich gesagt, jetzt die Blechschrauben erst mal markieren, markieren, dann die Blechschrauben rein und am Schluss machen wir das Dreieck-Klebeband hier noch dran. Also, das ist dein Part. Dann nehmen wir einfach am besten einen weißen Stift. Schwarz geht auch, weiß ist einfacher. Und markieren uns von unten die Laschen, wo dann die Blechklammern hin müssen, dass auch der Heckansatz ordentlich hält, wenn er mal fertig angebaut ist. So, dann nehmen wir unseren Stift, halten den Ansatz ordentlich hin und markieren uns einfach nur direkt den Rand am Bauteil selber, dass wir da eine Bescheidekante haben, wo wir die Blechklammern anlegen. Weil das ein E-Golf ist, kein Auspuff im Weg, viel Platz hier unten. Macht das Ganze natürlich einfacher. So, und in dem Fall kann man auch die originalen Clips wiederverwenden, die vorhin so schön rausgesprungen sind, weil der Heckansatz ja auch wieder da unten anliegt. Dann einfach da auch noch zwei Löcher bohren und die originalen Clips und Schrauben wiederverwenden und dann hält es auch bombenfest danach. Die markieren wir auch ganz einfach mit dem Stift und bohren die dann durch. So, dann nehmen wir die Klammern alle wieder runter, sonst kriegen wir es dann ins Auto rein und die Schutzfolie muss ja dann auch noch runter. Schlitzschraubenzieher nehmen, um die wieder runter zu machen, dann müsst ihr euch auch nicht die Fingernägel abbrechen. So, dann bauen wir noch die zwei Löcher für die Serienaufnahmen. Da am besten einfach ein Stück Holz runterlegen, dass man sich nicht in die Werkbank bohrt und genau. So, haben wir alles vorbereitet, super Brandon. Genau. Dann machen wir die Seitenecken sauber, weil da muss ja dann das 3M-Klebeband haften, dass es auch ordentlich hält. Genau, sauber ist für das Klebeband unglaublich wichtig. Ruhig ein bisschen großzügig sauber machen, dass auch nichts in dem Bild ist. Posten vorweg das mal sauber machen mit Normalreinigern und anschließend mit unserem Surface Cleaner drüber gehen. Natürlich auch beide Seiten. So, dann fummelt ich auch jetzt hier schon mal die Schutzfolie weg. Da bringe ich ein ganzes Ding helfen hier hinten. Genau. So, und dann stecken wir das ganze gute Stück dran. Du bist drin. Ja, aber noch eine ganz, wir müssen das Klebeband noch weg machen. Genau, Klebeband jetzt weg. Dann ganz wichtig, Klebeband hält sofort. Ja. Sprich, erst mal auf Position. Also ich bin soweit. Ja. Guto auch. Und dann können wir uns jetzt ums Verkleben kümmern. Auf die richtige Höhe achten. So. Aber. Ein ganz kleines bisschen, ein paar Millimeter darf es überstehen. Da kann man natürlich, wenn es einen Ticken übersteht, kann man da natürlich auch noch mal ein kleines bisschen nachschleifen. Und das noch mal ein kleines bisschen nacharbeiten. Genau. So. Dann befestigen wir den ganzen Ansatz mal. Wieder die Metallklammern drauf und einfach die Schrauben rein drehen. Natürlich jetzt ein bisschen Gefummelarbeit, aber das kriegt man auf jeden Fall. Dann machen wir die originalen Clips wieder rein. Mit den originalen Schrauben. Dass hier unten auch alles festhält. Brandy, das ging aber schnell. So, fertig. Zehn Minuten ist das Ding im Endeffekt dran. Schaut auch wirklich geil aus. Ich gehe davon aus, selbst ein E-Golf kann sich jetzt sehen lassen. Tatsächlich auch ohne Ausschnitt für den Auspuff. Auch ohne Ausschnitt für den Auspuff. Und vor allem, das Geile ist, passt im Endeffekt an alle Golf 7 Facelift, außer R und Variant. Da passt es logischerweise nicht. Und falls man einen riesen Endpuff hat. Und falls man einen Auspuff eben rausschauen hat, dann hat es natürlich auch keinen Sinn. Aber für alle die, die nackig fahren und die auch nackig bleiben wollen, denke ich mal, eine geile Alternative. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir da natürlich unglaublich viele Fettfingertapser dran. Und da haben wir eine richtige Wunderwaffe für euch. Und zwar haben wir hier uns einen ganz geilen Spezialreiniger mixen lassen. Der Steffen wird auch zu dem Produkt nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Bei uns jetzt einfach nur mal quick and dirty drauf sprühen und mit einem neuen Mikrofasertuch mal kurz entlang gehen. Und ihr werdet sehen, all das, was Fett, Dreck und Sonstiges ist, geht weg. Und ihr habt danach eine richtig geile, shiny Oberfläche, so wie es sein soll. Wichtig ist natürlich, dass das Mikrofasertuch ein gutes Mikrofasertuch ist. Sonst habt ihr Kratzer in dem Ganzen. Und wichtig ist auch, dass das gewaschen ist oder neu ist. So, dann würde ich sagen, lassen wir die Karre runter. Fahren raus. Und dann stellen wir auch beide Fahrzeuge mal gegenüber und machen einen schicken Circle von dem E-Golf. Und dann können wir auch beide Fahrzeuge mal gegenüber und machen einen schicken.